Auch im Herbst bleiben Deutschlands Amateurkeeper auf Betriebstemperatur. Das sind die Top-Paraden des Monats Oktober. Platz 5 geht an Nick Nürnberger vom FC Eintracht Norderstedt. Der etatmäßige Ersatzkeeper hält so beim 1-0 Regionalligasieg gegen den SSV Jedelo die Null. Platz 4 eine kleine Sternstunde gegen die großen Bundesliga-Kicker gelingt Edersheims Frederik Kiebinger im Testspiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Blitzschnell reagiert er auf der Linie gegen den hereinstürmenden Danny Latza. Respekt! Rang 3 zurück zu Norderstedt gegen Jedelo. Kennen Sie eigentlich Nick Nürnberger noch? Der Neuzugang vom VfL Wolfsburg 2 zeigt, dass er bereit ist für mehr als nur die Nummer 2. Klein gegen Groß heißt es auch auf Platz 2. Yunus Amucci vom SV Renania Bessenich zeigt im Mittelrhein-Pokal-Duell gegen Regionalligist Viktoria Köln seine Reaktionsschnelligkeit. Am Ende steht eine respektable 1-3-Niederlage gegen den klaren Favoriten zu buchen. Und Platz 1 wieder geht zurück in den Großraum Hamburg. Tod zu fuhr vom Wedler TSV fliegt im Oberliga-Duell gegen Altona 93 bis ganz nach oben auf das Podium. Unsere verdiente Nummer 1, herzlichen Glückwunsch!